Zu häufig findet man Räume mit zu hohen Nachhaltzeiten. Hieraus resultieren schlechte Sprachverständlichkeit und teilweise gesundheitsschädigende Lernpegel. Sie verringern die allgemeine Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit und beeinflussen unser Wohlbefinden. Gerade mittlere bis größere Räume haben hier häufig erhebliche Defizite. Abhilfe schafft hier Kapakustik Melapor von Kaparol. Der hochabsorbierende Hightech-Schaumstoff eignet sich hervorragend zur Reduzierung von Nachhaltzeiten und Verbesserung der Raumakustik. Die spezielle Zellstruktur des Materials absorbiert störende Schallwellen bis zu 100 Prozent und sorgt schon bei einer Belegung von 40 Prozent der Raumgrundfläche für eine optimale Raumakustik. Das Kapakustik Melapor Lieferprogramm bietet für die unterschiedlichsten Anwendungen immer den passenden Typ. Der Typ Panel-Glatt mit Phase wird in zwei Standardformaten angeboten. Mit dem Typ Brecki steht ein exklusives Design-Element in den Größen L und M zur Verfügung. Als Elemente zum Abhängen finden Sie im Standard die Typen Waffel-Ellipse, Waffelrund und Waffelrechteck. Das Deckensegel kompletiert mit den Typen Konkav und Konvex das umfangreiche System Kapakustik Melapor. Die Kapakustik Melapor Elemente sind im Standard Weiß und können mit der Innenfarbe Kapatrend beschichtet werden. Bei der Beschichtung wird Kapatrend mit Wasser verdünnt und im Sprühverfahren fein und gleichmäßig auf das Material aufgenebelt. So entstehen farbenfrohe Akustikelemente ohne Reduzierung des Absorptionsverhaltens. Für eine individuelle Farbgebung können nahezu alle Farbtöne aus dem Kaparol Farbfächer 3D Plus eingesetzt werden. Zur Verklebung der Elemente wird der im System geprüfte Kapakustik Melapor Kleber verwendet. Der Kleber wird gleichmäßig auf die Elemente oder den Untergrund aufgetragen. Um den Kleber gleichmäßig zu verteilen, wird die Fläche vorsichtig mit einer Zahnkelle 3x3 mm abgezahnt. Anschließend werden die Elemente auf den vorgesehenen Untergrund verklebt und mit einem Andruckbrett gleichmäßig angedrückt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Zur Montage der Baffels werden handelsübliche T-Schienen in die werkseitige T-Nut eingeschoben und in die Abhangkonstruktion eingesteckt. Die Kapakustik Melapor Deckensegel sind einzeln verpackt und werden inklusive Abhangzubehör für eine Abhanghöhe bis 4,5 Meter ausgeliefert. Das Abhangzubehör besteht aus je vier Drahtseilen, Deckenbefestigungen und verstellbarem Seilhalter. Ob in Restaurants, Büros, Werkstätten, Treppenhäuser, Unterrichtsräume und Korridor. Kapakustik Melapor bietet mit seiner einzigartigen Flexibilität in Form und Farbe unendlich viele Möglichkeiten, einen leistungsfähigen Absorberwerkstoff bei der Gestaltung von Innenräumen zu integrieren. Mit Kapakustik Melapor von Kaparol schaffen Sie in kahlen und hallenden Räumen eine farbenfrohe Atmosphäre mit einer optimalen Raumakustik zum Wohlfühlen. Weitere Informationen finden Sie unter www.kaparol.com